so freunde willkommen zum review des krieges 7 days hunting gegen istanbul 1453 also 1453 das war was war das was war denn da warte mal ich glaube ist ja nicht um die zeit irgendwie gewesen dass das byzantinische reich irgendwie gefallen ist was was fall konstantinopel oder irgendwie irgendwie sowas war das war ja was 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 einschneidendes meine das war das ende des byzantinischen reichs aber kann ja auch täuschen müsste ich mal müsste ich mal googeln wenn das video jetzt draußen ist entweder weiß ich dann mittlerweile schon selber dass ich kappes geredet habe oder oder stimmt tatsächlich und ich konnte und da einmal als historiker angeben ja also ich meine es ist der fall von konstantinopel und das ende des byzantinischen reichs aber ja keine ahnung glaub ja wem es aufgefallen ist ich habe eine neue brille ja muss man wieder neue sehtest machen lassen und so hat man dann gleichzeitig eine neue brille machen lassen ein bisschen ein bisschen schlichter ein bisschen leichter als die andere die war ja schon relativ relativ dick sieht man jetzt nicht hier in dem video aber die ist so so ein grau anthrazit ist vielleicht auch mal was anderes gut okay ja wir sind im rush krieg der krieg wir jetzt am mittwoch donnerstag und ja wir schauen mal rein starke defensiven waren auf jeden fall am start ja ach so ja das war das spulen ein bisschen vor wisst ihr dann wir sehen von drei stunden vor ende waren mit 600 punkten vor waren nicht mehr viele gegner da wir mussten klippen so wir haben unsere lilanen helden dabei eigentlich ganz gut gegen zwei gelbe ne denkst du dir nichts böses bei das ist natürlich die frage wie kriegen wir jetzt da irgendwie lila zusammen wir kriegen wir blau wir kriegen wir gelb schwierig schwierig wir haben ein lila match da ja aber vom prinzip her musst du halt erstmal in die auch an rein spielen und muss erstmal in kauf nehmen dass da ganz viel minions dann irgendwie da sind das ding ist halt wenn das team einmal so ins laufen kommt dann kann das funktionieren ich frage jetzt halt nur wie lange brauche es um ans laufen zu kommen jetzt hatten wir da das lila match das war natürlich gut ja das war natürlich eine schicke kombo die dann meine helden getriggert hat aber natürlich halt auch das ist wieder das problem jetzt haben wir halt auch zuge wieder da wo gehst du hin ich habe mich glaube ich für die genau rechte seite entschieden da wäre womöglich der andere weg schlauer gewesen ja also erst vielleicht die lila entfeuern und dann mit grimmstahl heilen wobei wir halt ja auch den fein drauf hatten das heißt wir hätten jetzt auch nicht viel mehr heilen können deswegen ja glaube ich erstmal soweit in ordnung und da war halt klar okay quintus wird auslösen aber ist in anführungsstrichen ja nur der tun das heißt er macht jetzt keine mindless attack oder sonst was ich habe den panther einfach nur aus dem grund gefeuert damit ich ihn danach noch mal feuern kann das war der einzige grund sage ich jetzt mal in dem dem fall und da haben wir glück gehabt dass in dem mit überlebt hat und dann vorher ich halt auch einfach um den damage da irgendwie reinzubringen in der hoffnung quintus killen zu können wenn das rollen wie es dann halt auch weg ist das hat auch noch mal eine ganz nette sache jetzt war ein primäres ziel entweder zuge anzukriegen damit wir dem lünder ein bisschen schützen oder halt noch mal grimmstahl hier war es jetzt so dass wir was so machen konnten der tanz ist weitergegangen also deswegen da auch rotbade brutal gut nein jetzt war die frage was was tun wir jetzt ich weiß es gar nicht mehr ich hoffe ich knall dir auch an raus macht am meisten sinn eigentlich man haben wir mehr mehr spots zum großen aber man sieht so ganz so einfach ist das hier nicht aber auch da ja das board gibt hier und da mal was aber vom prinzip her ist es halt auch so muss halt auch ein bisschen dafür bekämpfen dass du da was krass und da war jetzt natürlich das ziel quintus zu killen weil ein zuge liang wird uns nicht killen das ist halt von vornherein klar gewesen und dann haben wir den kampf gewonnen sehr schön ja mein lila team ich mag es einfach gut das war 54 punkte gehen wir zum nächsten kampf ja da haben wir dunkelfeder da gehen wir mit den mit drei gelben rein kau kau und herrin als heilerin mit mit anna klau warum nicht ja genau wir waren da jetzt waren da jetzt durch jetzt kam oder der flip war durch jetzt kam halt freie freie zielwahl sozusagen so hier bord da ein dreiermatch jetzt hast du drei gelbe komplett auf dem ganzen bord ist halt auch nicht gut ja also auch definitiv hier geht besser das bord jetzt halt nur gucken okay wir spielen blau dann haben wir hier oben das grüne match aber da davon kommen wir halt auch erstmal noch nicht da kommen wir auch noch nicht so viel mit weiter einem gewissen punkt brauchst du dann schon doch mal auch gelb haben wir jetzt den vorteil dass er zumindest dann grün haben sondern dass das gelbe match hat man jetzt hier gesehen hier einfach die roten durchstecken dann hast du da das gelbe match werden schon ein gelbes match und da war dann das zweite gelbe match ja aber auch da siehst du dunkelfeder löst jetzt zum zweiten mal aus dann haben die natürlich auch wachstum und dann musst du da halt auch erst mal durchkommen so und hier war jetzt halt die sache dunkelfeder würden wir wegkriegen aber was ist denn mit pfefferflamme pfefferflamme macht den schaden hat nicht so viel leben hat auch die minus 40 prozent defensive wird mal versuchen weil die überlegung war wo wo spiele ich weiter wo kriege ich was und ja ich habe mich dann dafür entschieden den hitter rauszuhauen um dann halt zu gucken dass wir vielleicht irgendwie dann durch die mitte mal kommen ja das war natürlich dann wieder schön wenn ein ziehtholz dann auslöst wenn man es eigentlich nicht geplant hatte aber in dem fall ging das ja noch so er löst wieder aus aber wir haben jetzt kau kau da haben wir jetzt auch wieder minions da am start und dann war er weg so nächstes ziel ja erstmal gelb irgendwie wieder an kriegen für mich immer das obergeordnete ziel irgendwie die mega minions weg zu kriegen ja und in dem fall war jetzt halt der vorteil wir haben mit dem schimmer schuppes mega minion weg gekriegt das ist unser mega minion leider auch weg jetzt war halt das problem ja alle sind irgendwie an lemon kommt gleich was was tun wir und ähm ich habe es halt versucht immer mal wieder dann dadurch dass er halt mana mana klauen und dann kommt natürlich wieder sowas wo du dir denkst hm muss jetzt nicht sein wir haben glück gehabt ja wurde dann äh lemon neutralisiert durch das mana aber trotzdem halt wieder sehr ärgerlich aber zu dem zeitpunkt war dann halt auch klar okay den gewinnen wir auch auch wenn das board nicht gut war aber wir haben es dann am ende doch irgendwie geschafft so okay das war der zweite streich so der dritte folgt zugleich gegen fungu mit rot ähm wir haben aramis dabei für alfrike wir haben äh vivika dabei um massiv zu heilen weil wir da ja auch zuge liang haben ähm genau boni entfernung durch durch mayana und wenn halt hammerklang mayana und kagan auslösen dann sollte das massiven schaden machen ne dann werden wir mal sehen so board ist okay aber halt auch wieder nicht gut weil wir kommen auf maximal 5 rote steine nämlich so und dann wenn wir jetzt die bombe machen sind wir bei 5 roten das hilft uns nicht ne das heißt wir müssen jetzt erstmal suchen der tank löst schon einmal aus prinzipiell nicht gut auch wenn es heiler sind mit überheilung ist auch nicht gut weil zu viel überheilung ne ist halt scheiße so board im endeffekt schon erledigt weil mehr kommt da jetzt nicht wir müssen jetzt wirklich irgendwie hoffen dass wir da irgendwas zusammen kriegen und wenn möglich halt auch irgendwie schnell weil fungo löst jetzt schon wieder aus und ich sehe ich sehe hier ne sehe wenn wir das lila match machen dann haben wir hier ein rotes match weil diese ganze kacke geht ja alles in ihn rein deswegen wollte ich erstmal gucken dass ich die vivica habe weil ich muss ja schließlich diese kackfeinde wegheilen tja bewegung um dann halt irgendwie was zu kriegen so und da haben wir jetzt halt das rote match aber jetzt kommt halt ein sehr großes problem das werden wir jetzt auch leicht zu spüren bekommen dann wirst du auch sehen was ich meine mit großem problem aber nicht diese combo dass da so viel wieder reinkommt das ist nicht das problem das ist ja sogar schön eigentlich wenn du da so einen echten drecks board hast dass du dann was schönes da kriegst alles gut jetzt kommt er also und bei ihm es ist so dass es ich glaube eine 55 prozentige chance gibt dass jetzt schaden auf 1 gedroppt wird durch fungo kann man das nicht dispellen er ist vorbeigegangen alles gut so jetzt gucken wir hammerklang ist natürlich nicht so geil gegen die ganzen feinde also erstmal mayana so konnte man jetzt nicht wegnehmen war ja klar so das hat auch jetzt kommt kargan wird auf 1 gedroppt ausgerechnet kargan dann kommen da 3 steine rein werden 2 auf 1 gedroppt so das heißt du hast jetzt mayana hammerklang und kargan gefeuert und gefühlt hast du bei fungo gar nichts gemacht sondern hast noch den mega minion getriggert so und dann kommt da auch noch heilung und zu dem zeitpunkt wusste ich okay das ist verloren weil wir können da nicht so viel damage machen in irgendeiner art und weise dass wir da durch kommen diese satori fungo kombination hat mir halt in dem fall echt das genick gebrochen ja und jetzt sieht man auch gleich 3 steine einer wurde auf 1 gedroppt aber es zählt halt gefühlt jeder stein der danach da rein fliegt und jetzt pass auf da ist ja wieder ne also ich weiß hammerklang und mayana die killen sie eigentlich selber wenn ich die drauf feuer ich kann es nicht dispellen fungo löst wieder aus so jetzt ist das aber weg deswegen habe ich da gerade geguckt ne so und jetzt können wir da durch die mitte mal durchfeuern aber auch da wir machen zwar 2000 schaden aber es ist halt so viel überheilung dass du es halt nicht merkst plus der mega minion so und dann ist halt auch erstmal wieder nichts da so und bis ich jetzt wieder rot habe löst satori aus dann löst zuge wieder aus fungo wahrscheinlich noch zweimal also kannst du im endeffekt kannst du es knicken kannst du es einfach knicken hammerklang habe ich einfach nicht gespielt weil der hätte sich selber getötet ja und ähm so verlierst du dann gegen fungo was ja eigentlich total albern ist satori sagen wir mal ehrlich wer würde jetzt heutzutage sagen aus voller aus voller überzeugung ich leveln musste jetzt meinen satori leveln sondern ähm ja aber da bin ich halt äh wie soll ich sagen drauf reingefallen dass man dieses auf 1 droppen nicht entfernen kann und ich hätte es bisher wissen müssen dass er halt auch immer auf 1 droppt oder häufig er hat ja nicht immer ne das wäre jetzt übertrieben aber er hat halt häufig auf 1 gedroppt und das hat halt auch hat mich nicht wirklich weitergebracht und du siehst guck mal die haben alle überleben alle alle überleben und alle 3 minions also da ist halt sinnbild für ähm das lief nicht gut hast du 3 steine 2 gehen durch einer wird auf 1 gedroppt aber juckt halt nicht weil du kommst du bist ja noch nicht mal bei mega minion durch er hat halt immer die hoffnung vielleicht kommen wir einfach durch äh an fungo durch und machen mal noch ein paar punkte aber guck dir das an das ist halt wahnsinn da macht es auch keinen unterschied ob man dann vivica fort zugefeuert so und jetzt machen wir wieder 1900 jetzt ist wieder der mega minion da bis wir wieder da durchkommen ähm gibt es dann schon wieder mehr leben da wird da wird jetzt das war mein highlight genau das war die Highlight Szene pass auf da kommen 3 also siehst was da was da reinkommt ne 1 1 18 508 da kommen noch mal und 493 darf man nicht vergessen aber hier 3 steine und alle auf 1 gedroppt da kommst du natürlich nicht weiter ne denn da hast du dann Glück mit den Steinen dass da was nachkommt aber es wird halt auf 1 gedroppt und du kommst halt nicht mal ansatzweise durch so und dieses Dilemma haben wir uns jetzt dann genug angeguckt ne weil das geht jetzt noch so weiter ich hab halt immer gehofft dass ich irgendwie so 1 2 Punkte mache am Ende bin ich dann bei diesem Stand einfach rausgegangen und es war solide 0 ganz einfach also nur weil da Satori war und Fungu jetzt könnte man sagen ja hättest du mal einen Dispeller mitgenommen hätte ja nichts gebracht weil das von Fungu kannst du ja nicht beziehungsweise nicht dispellen blöd gelaufen ja und außerdem hatte ich ja mit Majana die durch Steine dispellen kann aber hat halt auch nichts gebracht gut das war dann die 0 also ja auf dem Boden der Tatsachen dann habe ich mir gedacht okay nimmst du dir jetzt eine Dunkelfeder mit my lady de winter nimmst 3 grüne mit nimmst Majana für Stalas so als Feuerpower und nimmst Udile mit die halt dann den Blutungsschaden von ihm reinigt die mindless attack von ihm reinigt das wird schon hinhauen und mit den grünen ne Evelyn Elkan und Stalas sieht das ja auch ganz gut aus so wieder ein Board wo du dir sagst ne diese Startboard das ist auch nicht gut also bisher kein Startboard gab wo ich sage da gewinne ich bevor ein Gegner auslöst ja und das ist eigentlich das was du im Rush versuchst zu gewinnen bevor der Gegner auslöst aber bei mir war das einfach nicht drin ich konnte da machen was ich wollte dann wird natürlich auch der Thun blind ja das kommt halt dann auch dazu so und dann spielen wir halt wir suchen grün verzweifelt irgendwie und haben dann ähm ein Match und mit dem Match löst der Tank zum zweiten Mal aus gut super Stalas jetzt auch in Action so und das hat halt jetzt einfach effektiv schon alles zu lange gedauert ja effektiv brauchst du jetzt schon echt brutal viel Glück um da irgendwas reißen zu können weil in der Regel lösen sie halt alle aus und dann bist du tot so und äh in dem Fall ja kommen wir da halt auch in die Gegend hin so Evelyn killt sich selbst durch die Mindless Attack von Stalas deswegen finde ich Stalas ja so cool da war ich mir halt nicht sicher ich muss feuern irgendwie können wir da schon was machen so und das war ja nicht schlecht sie hat sich auch gekillt die einzige logische Sache alle lösen aus also machst du den Diamanten und guckst einfach mal was bei rumkommt prinzipiell auch erstmal alles kein kein großes Problem das Problem wird jetzt wieder da so ein bisschen hingebastelt dass Stalas halt nicht stirbt obwohl wir den Combo Bonus hatten und killt dann mein Stalas Auto Attack killt meine Majana ja es ist wie es ist ne man kennt den Quatsch so und jetzt ja es wäre schöner gewesen wenn wir eine Majana gehabt hätten die snipet jetzt haben wir halt im Endeffekt jemanden der zwar auch Schaden macht aber halt nicht nicht wirklich viel er heilt sich zwar selber aber ein Elkan allein kann nicht gegen einen Schimmerschuppe mit Mega Minion gewinnen vor allem wenn der Mega Minion direkt auf Odile drauf geht und sie killt so und dann ähm sieht es halt so aus und da denkst du dir dann auch ja läuft es geht steil bergab von den ersten beiden One Shots sind wir jetzt an den Punkt gekommen wo es dann halt so aussieht ja ähm weiß ich nicht ich sehe keinen Fehler drin so wirklich also von daher ja man nimmt es dann einfach so hin so dann habe ich mir gedacht okay gehen wir mit blau und spielen gegen Huat rot wir haben wir haben White Fang dispelt Buffs ja also Force ist kein Problem wir haben Blüte nimmt die Buffs runter wir haben Demi Lün entfernt Boni und bringt oder überträgt sie zu uns wir haben Magni als starken Hitter der der Ruat ähm besiegen kann und wir haben Loki der alles ist ja ja und ähm ja wir schauen einfach mal also wir hatten jetzt auch ähm mehr Angriffe äh weniger Angriffe als Gegner am Platz also waren jetzt auch keine Cleans notwendig so und das sieht ja das war jetzt mit Abstand das beste Startboard was ich hatte so das war natürlich einen Tacken ärgerlich aber so haben wir trotzdem unsere drei Matches so wir spielen das so wir müssen ja auch warten weil äh Force ist ja da am Start und jetzt war halt die Überlegung was was tue ich ähm ich hab das blaue Match aber das blaue Match geht halt wenn wir das so spielen mit Lila zusammen er löst aus ähm wenn wir das so spielen ja das das könnte funktionieren aber das wird ihn höchstwahrscheinlich nicht killen weil er hat seinen Paladin und ähm schwierig deswegen war dann halt die Überlegung okay was machen wir mit White Fang er hat natürlich kann natürlich den ähm Spot entfernen dann Magni drauf und dann zum Beispiel mit äh mit Loki ähm Ruat kopieren und dann halt noch die blauen Steine so da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen na dann habe ich mich dazu entschieden okay wir nehmen den Spot weg damit wir jetzt Ruat äh töten können so und jetzt jetzt pass auf jetzt pass auf der Gedanke war relativ simpel warum ich das alles gemacht habe ja weil der Hintergedanke der Hintergedanke White Fang nimmt den Spot weg hat er gemacht haben wir gemacht dann Magni mit massivem Schaden sodass Ruat entweder tot ist oder wenig Leben hat so auch passiert hat wenig Leben jetzt war die Sache wir kopieren mit Loki weil hier sind Alpha Fähigkeiten wenn er je mehr er wegnimmt desto mehr Schaden macht er deswegen habe ich unter anderem ihn kopiert und nicht einen Rollenbiest weil das waren die beiden waren die einzigen Optionen um ihn weg zu kriegen weil der Gedanke dabei war wir töten Ruat und ghosten die blauen ganz einfach dann haben wir unsere blauen wieder am Start dann kopieren wir Rollenbiest hauen mit Magni auf das Rollenbiest drauf Rollenbiest tot wenn nicht hauen wir White Fang noch hinterher keine Ahnung aber das war der Gameplan naja jetzt pass auf bumm er droppt auf 1 er hat auf 1 gedroppt wenn wir uns mal angucken hier überall 600 691 ja 600 also 600 500 bis 700 und ausgerechnet der wichtigste an dem alles hängt weil wir haben hier nach kein Blau mehr es ist nichts mehr da wir haben dann ein blaues Match und bis wir dann an sind wieder hat er ausgelöst hat er ausgelöst und die beiden wahrscheinlich auch bevor wir das nächste blaue Match haben und ausgerechnet der einzige an dem es hängt von mir aus hätte Stalas hätten alle anderen nur einen Schaden gekriegt egal er war derjenige der sterben musste er droppt auf 1 10% Chance dass die Covenant Helden auf 1 droppen können 10% Chance und diese 10% Chance hat das ganze Match infällig gemacht weil jetzt musste ich um ihn zu killen die blauen spielen die eigentlich dafür da waren um geghostet zu werden um dann meine blauen wieder an zu haben so habe ich es gemacht und jetzt stehen wir da wir haben nichts wir können rotes Match machen wir können hoffen dass hier blau kommt aber dadurch selbst wenn da blau gekommen wäre wäre er angewesen und wäre da wahrscheinlich irgendwie ganz unglücklich da hingegangen aber was passiert natürlich Rollenbiest ist am Start Roses macht das jetzt so jetzt müssen wir blau suchen und wo finden wir blau natürlich nirgendwo kleiner Spoiler ja so wir konnten heilen das war aber auch mehr nur so Tropfen auf dem heißen Stein weil im Endeffekt ja ist das so gelaufen Grimmstahl feuert jetzt gleich Stalas feuert dann auch dann ist auch das Rollenbiest wieder am Start wir haben minus 400 Angriff also das Verwelken läuft auch da kommen wir halt nirgendwo mehr durch nirgendwo mehr nirgendwo mehr so und alles nur weil eine 10%ige Chance aufgeploppt ist weil ich nichts machen keine Chance mit dem was jetzt da noch ist so jetzt haben wir da ein blaues Match oh ja yippie yayy ich meine selbst Magni hat sich verabschiedet indem er die Mindless Detector drauf hat ja what the fuck mal ganz ehrlich wenn selbst der Toon dann auf einmal die die Effekte kriegt was willst du da machen ja und das brauchen wir uns nicht weiter angucken weil da passiert tatsächlich nicht mehr viel kriegt er noch ein ein blaues Match na und das macht natürlich gar keinen Schaden mehr weil wir mittlerweile bei minus 460 Angriff sind da kommt jetzt sogar noch was dazu na weil es so schön war also und das alles wegen dieser 10%igen Chance von Robert wär die nicht gekommen alles easy er wär tot gewesen wir hätten die blauen geghostet wir hätten Rollenbiest gekillt kopiert also erst kopiert dann gekillt alles wär kein Problem gewesen oder wir hätten Starlust kopiert oder sonst wen alles kein Problem wegen diesen blöden dusseligen 10% der Covenant Familie Schöne Sache so und das war dann für mich so der Grund warum ich dann gesagt habe ne der letzte Angriff ich cleane weil den den Schmock tue ich mir nicht mehr an das das hat mich echt echt genervt und äh ja der letzte Angriff war dann halt war dann clean ähm den ich dann äh was für eine Überraschung geschafft habe da war auch mein eigener clean ja aber ich hätte jetzt nicht clean müssen aber ich hab mir gedacht ne jetzt holst du wenigstens noch ein paar ein paar Punkte weil ähm bei dem Glück was du da jetzt gerade hast ähm da wird dir ein One-Shot definitiv nicht mehr gelingen ja am Ende war ich bei 159 Punkten oder ähnliches also gar nicht gut ja ähm meine Defensive hatte ich hab das Video jetzt nicht äh gemacht meine Defensive hat teilweise drei Angriffe gehalten ähm warte mal konnte man die hier sehen ja äh Kao Kao, Demi Lünn, Grimmstahl äh Zuge und Stalas ähm die hat teilweise drei Angriffen in Stand gehalten was sehr sehr gut war und ähm ja also damit war ich zufrieden Defensivleistung war für meine Verhältnisse ziemlich gut ja ich war auch zufrieden und ähm das war so an sich äh ja nicht schlecht am Ende haben wir wir hatten 29er Krieg ist der Krieg so ausgegangen 5950 zu 5020 und äh ja dementsprechend mit 930 Punkten am Ende des Tages gewonnen wir haben sehr starke Offensiven die Türken ähm haben aber dann doch noch ein paar Defizite in der Offensive ja äh wir wir scoren normal für unsere Verhältnisse also es ist so zwischen 5 6 und 6 vielleicht auch mal ein bisschen drüber je nachdem was für ein Gegner da ist äh und ob wir halt 29 oder 3 äh oder 8 genau ob wir 29 oder 28 mal sind ne ähm je nachdem wie viel dann die einzelnen Gegner als Punkte geben oder halt auch wenn es ein mismatch ist und so dann äh sind wir da auch mal bei 6-2 oder sowas so ein bisschen drüber noch ähm kommt halt so ein bisschen drauf an ja aber den äh den Rush Krieg haben wir dann gewonnen wir haben uns von der knappen Niederlage gegen die Chinesen ähm ähm erholt ich bin gespannt ob wir mal in normalen Kriegen auf die Chinesen treffen das wäre mal interessant gegen die steht es ja jetzt im Rush 1 zu 1 ne die haben jetzt gewonnen in diesem Rush Zyklus in den letzten Rush Zyklus hatten wir die ja auch da haben wir knapp gewonnen also das ist so eine 50-50 Chance ne weil die halt viel Bernadettes haben und äh die droppt natürlich ordentlich die Punktezahl nach unten ja jo das war der Krieg also nicht wirklich mit Ruhm bekleckert ja ich hätte es jetzt auch leicht unter den Tisch fallen lassen können aber weiß ja ich äh ich zeig das schon auch wenn es nicht so geil läuft und ähm am Ende haben wir gewonnen ja ich hab mich natürlich ein bisschen bisschen geärgert den größten Ärger hatte ich tatsächlich mit dem mit dem Ruat Fight ja weil da hat mir diese 10% halt wirklich das das Match gekostet wenn danach nicht viel blau kam aber ich hätte mir mit dem zweiten blauen Match meine blauen wären angewesen ich hätte mir da ähm das Rollenbiest von vom Leib gehalten und ähm Grimmstahl hätte den den Frost gehabt den bleibenden und da hätte man irgendwie was bestimmt auf der Seite noch machen können ne aber sollte nicht sein anscheinend ja also der Anfang war gut und danach hat mich das Glück verlassen am Ende haben wir aber trotzdem relativ klar gewonnen und haben jetzt am Wochenende wieder einen schicken Gegner bekommen und dann den werden wir im Livestream dann sehen um 11 Uhr am Sonntag jo und bis dahin würde ich sagen sehen wir uns dann noch in den in folgenden Videos die kommen werden ja also immer mal wieder mal vorbeigucken ob ich was hochgeladen habe und dann ähm sehen wir uns auf meinem nächsten Video vielen Dank fürs Zuschauen macht's gut Ciao Ciao